Moin Leute, Time is here. Wir spielen zum allerersten Mal Content Warning. Ist ein sehr geiles Game, wurde uns allen empfohlen. Wir spielen mit Papa Platte, Revi und Romatra. Wir haben keine Ahnung, was auf uns zukommt. Aber alle meinten, Spiels unbedingt ist so wie Lethal Company. Was auch ein sehr geiles Game war. Erklärung kommt gleich. Ich hab keine Ahnung. Viel Spaß. Oh, was habt ihr? Wieso haltet ihr euch so fest? Ich hör euch nicht, Ingame. Hört ihr mich? Guck mal, wie hoch ich auf ein Bett hüpfen kann. Guck mal rüber. Guck mal, schnell rüber. Kann immer nur einer. Ja, Max, ja. Krass, oder? Ich bin der Betthüpfer. Max, bin ich süß? Nee, die Schrift ist auch ganz schrecklich. Du hast so einen saftigen Cocorino. Die Schrift ist ganz schrecklich. Okay, Leute, 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 Leute. Also, der Plan ist simpel. Wir müssen runter in die alte Welt, was auch immer das heißt. Wir müssen was gruseliges filmen. Dann müssen wir es aufs Schub hochladen. Und wir müssen berühmt werden. Lass wieder das Wuttersuchen durch die Filme. Okay, machen wir zu. Oha. Mach die Kamera aus. Ich mach gerade ein Selfie. Hey, das sieht ja crazy aus hier. Guck mal, wie das aussieht. Leute, das ist so gruselig, Digga. Wir sind einfach beim Drachenlord zu Hause. Reiner! Wir müssen versuchen, ein gruseliges Monster zu filmen. Ja, Revi, du hältst die Kamera drauf da. Da links leuchtet was im Dunkeln. Wollen wir das mal uns abchecken? Ja, lass mal hängen. Ja, lass mal hängen. So ein Licht lockt mich erst mal an auch. Hey, wie cool. Ja, hier ist so eine Tür, die andere geht. Ja, hier ist... Oh, hier ist die Tür zu und aufgegangen. Ob die kriegen wir es hin, hier... Kriegen wir es hin, dass hier niemand stürmt? Ja. Wäre es Content, wenn ich da einfach mal reinhüpfe? Ja. Warte, ich film's. Let's go, das war cool. Oh nein, wir haben Humatra verloren. Na ja, weiter. Ich höre die ganze Zeit nicht in den Nach... Oh, fuck, oh man! Das war viel zu laut. Was war das? Meine Taschenlampe ist leer. Hast du gesoffen, Digga? Mein Ton ist viel zu laut. Oh, Leute! Ich will nicht mehr. Ey, meine Taschenlampe geht nicht mehr. Eure? Nein, das ist kaputt gegangen. Ich hab Herzfrequenzgeräusche. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Wie viel Batterie hat die Kamera noch? Voll. Voll geil. Meine hat noch 77% drauf. Ey, wisst ihr, was die beste Entscheidung von uns überhaupt war? Was denn? Dass wir Romatra den Laserspringen lassen haben. Oh! Oh, was ist jetzt? Es flackert. Oh, was ist das? Hier ist was in mir drin. Ich filme! Hilfe! Hälfte mal bitte. Ich kann nichts machen. Hallo? Ich hab gefilmt. Ich filme gerade. Hallo, Revi. Oh, mein Gott. Ich hab gefilmt. Wir sind alle tot. Wo ist die Kamera? Ach, alle? Wir sind alle tot. Haben wir die Kamera? Haben wir den Content? Ich glaube nicht. Haben wir die Kamera verloren? Ein Content verloren? Oh, ich bin gestorben. Was soll ich machen? Wir können die Kamera wiederfinden. Oh, mein Gott. Das sieht aus wie das KitKat. Tomatolex ist auch irgendwo hier. Das Problem, dass wir gleich in Jumps, der kommt, ist das viel zu laut. Hier ist ein Totenschädel. Ist das gruselig? Das wäre gruselig. Oh, der ist gruselig. Moderier den mal ein bisschen, den Totenschädel. Okay, Freunde. Wir sehen hier einen Totenschädel. Oh, mein Gott. Max, wie soll ich filmen? Was knallt denn hier die ganze Zeit? Ja, wo geht der jetzt? Hier ist geil. Guck mal, hier ist doch krass. Ich glaube, wie geil das hier aussieht. Sind wir hier nicht hergekommen? Ui, 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 ui. Der hat mich erschrocken. Was denn? Das ist was gruseliges, das ist was gruseliges. Film, 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 das ist ein guter Mann. Film, 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 film. Halb mich auf eurer Daumen. Hast du, hast du, film weiter, film weiter. Ich hab film, ich film, ich film, ich film, ich film. Oh, mein Gott, da ist sicherlich, dass der Schneckenmann, Digga, der ist eh denn froh. Der Schneckenmann ist für mich überhaupt nicht gruselig. Wie läuft der denn? Dummer Wichser. Macht der überhaupt damage? Lass den Schnecken mal töten. Ja. Herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir haben heute einen Schneckenmann getroffen. Warte, berühr mal ganz leicht den Schneckenmann. Ey, nein, da muss ich das Video stören. Er macht Angriff, er macht Angriff. Heilige Scheiße, Storktrooper. Wir müssen weg. Oh, mein Gott, die anderen sind tot etwa. Bro, wir wollen die Kamera halt. Nein, du hast die Kamera liegen lassen. Bro, wir müssen zurück, ich hatte die Kamera liegen. Sind die echt tot, die beiden? Ja, ja, wie, dann hat sie den Schneckenmann gefilmt. Warte, 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 warte. Der guckt uns nicht an. Ja, jetzt können wir, jetzt können wir. Nein, fah- Warte, 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 warte. Ist die echt tot? Romatra, lebst du noch? Man, ich habe die Kamera. Kommt der Typ, kommt der? Wir haben nicht mehr, wir haben die Kamera schon fast voll. Wir müssen raus. Wir müssen nur noch raus. Lass auf, los, los, los. Blablabla, blablabla. Immer hier an der Seite, immer hier an der Seite. Und jetzt hier links, jetzt hier links. Mann, ich wäre raus hier. Geschüttelt. Das ist so, dass wir aussehen. Warte, 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 warte. Tor zu Silvers. Was? Das war ein Tor? War gerade aus, wieso nicht? Oh ja, da ist was gruseliges. Lass hier raus gelangen. Ich habe auch noch ein bisschen gefilmt. Oh, jetzt ist eine Achtung, Achtung, Achtung. Ach, Digga, der Schneckenwichser wieder nach hinten raus. Ja, unser Sauerstoff geht zu Ende. Wir haben nur noch ein Fünftel Sauerstoff. Ich habe voll Puls. Oh Mann, warum schreien wir so laut? Wer ist der denn? Lauf, 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 lauf. Oh, der haut mich. Ich bin tot. Er haut mich tot. Er haut mich tot. Kevin, hilf mir. Kevin, er haut mich tot. Das ist so geil. Revi ist zu und guck mal. Revi wird jetzt eigentlich abgeschossen halten. Ah, Revi hat den Ausgang gefunden. Ja. Oh, das ist so ein Robot-Dings aus... Revi ist einfach... Revi ist ein Verräter-Schwein. Und Kevin hat die Kamera? Kann man irgendwie Sauerstoff einsammeln? Naja, hast du gesehen, wie... Kevin... Mann, wer hält die Kamera? Das ist die Kamera, wo wir wollen... Guck mal, er kippt gleich einfach um. Beide Kameras liegen aber auf dem selben Spot. Digga, Revi lebt noch! Ja, ja, Revi lebt noch. Revi lebt noch. Ich habe beide Kameras am Ende gehabt und bin damit gestorben, okay? Wenn wir da hinkommen und beide Kameras einsammeln, haben wir alle Clips, die wir aufgenommen haben und können die dann, glaube ich, hochladen und dann haben wir es immer noch gesaved. Aber ich glaube, wir haben keinen Tag mehr. Da steht ja noch ein Tag übrig. Wenn wir jetzt schlafen... Zwei Tage vorbleibend steht rechts unten. Okay, dann ist es easy. Kommt schnell! Lass uns wieder in den Keller gehen, wo wir alle sterben. Ich suche mich trotzdem nicht. Ich suche mich nichts. Komm mit! Komm mit! Komm mit! Der ist vor uns! Es ist der Schneckenmann mal wieder! Der ist der Schneckenmann! Film ihn nochmal ab! Okay, let's go! Komm, wir gehen raus! Wir haben genug! Raus, 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 raus! Das reicht! Wir müssen nur eine Treppe nach oben finden. Hallo, Freunde? Sind die tot oder nicht? Hey, hier waren wir vorhin. Hier waren wir einmal vorhin. Hey, ich höre euch! Hallo? Oh! Hey, Leute! Oh mein Gott, das ist ein Monster. Hallo? Ich höre euch! Oh! Was ist das denn jetzt? Oh, der Schneckenmann kommt. Hilfe, Hilfe! Oh Gott, sie haben euch gefunden, wie random! Hilfe, hinter mir ist was! Trimace, kannst du mir ein Intro einsprechen? Nein! Wieso? Wo seid ihr hinkommen? Okay, dann können wir los, oder Jungs? Ja! Okay, wir müssen nur noch Wieland warten. Ja! Ja! Warte, was? Was ist mit Wieland los? Drei von vier haben es geschafft. Romatra, komm mal! Antipiz, Wieland, die Pizzer! Komm, drück die Knopfen. Sau, wir haben es geschafft! Ja, ich habe die Kameras. Hey, Romatra! Ich war schon daheim. Ich bin vor euch, ich bin schon mal hochgegangen. Drei tausend Klicks brauchen wir, kommt. Ah, in die Kamera, alter, in die Buchse. Ah, ja! Und? Okay, ich mache die nächste. Wir müssen alle extra hier auf CD-ROM. So, 2-0. CD-ROMs waren so geil 2002. Ich habe auch eine CD-ROM in der Hand. CD-ROM? Alter, ihr habt alle eine CD-ROM. Neckar, wieso habe ich nur ein Video? Betonung auf Rom. Auf die Couch setzen! Ich gehe auf den scheiß Holzstuhl, kann von hier nichts sehen. Okay, ich fange die erste Dysk rein. Soll die bereit? Ja. Mach, mach, mach. Der Schnecken, Mann! Guck mal, jetzt ist der Finger am ich gleich. Der Finger am ich gleich. Der Finger am ich gleich. Komm, wir gehen raus. Wir haben genug. Jetzt, der Finger am ich, dann guck da. Lass uns passieren. Ich habe es echt, lebst du noch? I wonder, ich bin Lizard, Mann. Wer ist ewig? Ja, ist er. Oh, das geht viral, das geht viral, Jungs. 600. Oh, guck mal, hier ist unser. Revi, hier ist unsers. Mach, stopp. Da kommt das Trimax. Trimax! Trimax kannst du für den E-Mix. Willst du das Intro einsprechen? I won't say for my grandparents. Nein, sie sind direkt in der Gänge vor. Nein, Mann. Okay, dann können wir los, oder Jungs? Ja. Das ist ein Lipp, Alter, das Video zu Ende. Ey, wieso kriegen wir keine Views? Wir haben 800, wir haben nur 2.100 aufgerufen. Ich weiß nicht, haben wir noch einen Tag? Hä, aber was haben wir falsch gemacht? Was haben wir falsch gemacht? 900 Klicks brauchen wir nur. Max, komm her, ich umarm dich jetzt. Komm rein, komm rein, komm rein. Komm mal ab. Max, ich umarm dich jetzt. Hallo, hallo! Max, komm her. Was soll das? Das hasse ich. Warte, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Lass sie noch kommen. Ich hab den perfekten. Jetzt, 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 jetzt. 2 ist das? Geht doch jetzt den Partypapper her. 4, 4, 4, 4. Oh nein. Aua, au. Nichts. Leute, weiter geht's, schnell. Aber wohin denn? Da kommen unendlich Hilfe. Ich muss hier kacken mit dem Scheiß. Zombie-Modus, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Die haben mich. Helft mir, helft mir, helft mir mal ganz kurz. Helft mir mal ganz kurz an, bitte. Ey, bitte. Ich hab'ne Idee, ich hab'ne Idee, ich hab'ne Idee, ich hab'ne Idee. Lebt der noch? Lebt der noch? Ich hab'ne Idee. Lass uns. Schnell, schnell, schnell. Ich halt die Kamera. Okay, die Kamera läuft. Mann, der redet mich aus dem Bild. Wait, der kann einfach durchlaufen. Okay, dann hier, dann hier, dann hier. Dann lass das hier versuchen. Oh mein Gott, warte. Ah! Ich komm' nicht weg. Bait den hier so in dieses Ding rein. Try. Oh! Ich glaub's. Hilf! Oh mein Gott. Revy ist tot. Revy ist selber ins Zahnrad reingekommen. Okay. Ja, der Clip ist scheiße, lass weiter, Bro. Wir haben noch 20% Kamera. Wir müssen rein, wir müssen rein, wir müssen rein. Ich muss schnell, schnell, schnell. Hast du auch keine Autonomie, oder was? Ja, sehr wenig, sehr wenig. Ich bin tot, oh mein Gott, no way. Digga, was ist das denn? Aber ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Die Kamera liegt doch dann da. Ist nicht schlimm, ist wirklich nicht schlimm. Ist wirklich null schlimm. Wir hätten gerne hochgeladen heute. Wir laden morgen einfach ab. Wir laden morgen einfach ab. Bro, wir wollten Daily Uploads machen. Wir haben morgen Doppel-Uploads. Ja, Digga, jetzt sind Tag 2 Daily Uploads nicht geschafft. Oh, Ingame geht wieder. Ey Leute, guckt mal. Wir gehen auf den Kran hoch, magst du nicht? Guckt mal, was wir können. Ich falle! Hallo? Ich bin gestorben. Hier ist die Cam, ich hab sie hier, hier ist die Cam. Ich hab sie gefunden und hab die Revi gezeigt kurz. Ich bring sie, ich bring sie kurz zurück. Ey, wisst ihr, dass das geht? Hey, Digga, ich hab was gelernt. Was denn? Was hast du gemacht? Ich hab ihn weggeworfen ganz weit. Okay, lass dich mal was probieren. Komm mal her, film mich mal ganz kurz. Scheiße! Ich mach's auch kurz, warte. Let's go. Das war echt gut. Welcome to Jackass. Jetzt haben wir alle kein Leben. Der schießt, der schießt. Der schießt, film, film, film! Film! Du musst ihn filmen! Film ihn, film ihn! Hallo, Freunde! Film ihn, film ihn, er kommt! Und? Hilfe! Hilfe, lebt ihr noch! Hilfe, lebt ihr noch! Hilfe! Mann, Leute! Hast du die Kamera? Wir müssen hier raus! Das Ding ist saugefährlich! Oh, Gott! Ich bin direkt in das nächste Scheiß hier reingerascht! Wir sind alle tot. Digga, die T-Man! Magst du mich jetzt raus, oder wie? Ja, aber das Spiel ist total schwer. Aber toll! Ich find's übergeil. Das war sehr lustig und toll. Ich bin weg. Tschüss, schönen Abend euch. Bis morgen, Max! Tschüss! Bis morgen, Max! Tschüss! Bis morgen, Roma! Schönen Abend! Ja, ja! Ey, Leute, es hat doch Spaß gemacht!